Herzlich willkommen, liebe Besucher des sechsten MPD-Kinderfestes hier im Ükerpark in Hückermünde. Ich möchte Sie recht herzlich im Namen des MPD-Regionalverbandes hier vor Ort begrüßen. Wir haben wie gewohnt, so wie in den vergangenen Jahren auch, hier unsere verschiedenen Spielstände aufgebaut. Die Kinder haben die Möglichkeit, an den einzelnen Stationen Punkte zu sammeln und diese Punkte können Sie dann da hinten beim Preisestand eintauschen gegen Spielzeug. Ansonsten sind die Pferde auch gerade eingetroffen. Es besteht nachher die Möglichkeit, noch hier zu reiten auf zwei Pferden. Da hinten beim Preisestand, da könnt ihr euch auch schminken lassen von den netten Damen. Ansonsten machen wir auch wie in den vergangenen Jahren zu jedem vollen Stunde unseren Mahlwettbewerb. Dazu können die Kinder hinten da wo auch der Schminkstand ist, Bilder malen, den Namen draufschreiben, am besten das Alter und dann hier vorne beim Musiker abgeben. Und zu jeder vollen Stunde werdet ihr aufgerufen, dann die Namen. Und dann gibt es dafür Preise. Den Clown habe ich auch schon gesehen. Hallo? Den könnt ihr mal begrüßen. Der dreht hier auch seine Runden. Auch wie gehabt in den vergangenen Jahren. Neu ist in diesem Jahr unser Luftballonstand. Da haben sich die Freunde große Mühe gegeben und haben den aufgebaut, selbst gestaltet. Also ich denke mal, das hat einen kleinen Applaus verdient. So, habe ich noch was vergessen? Achso, für die Eltern gibt es Kaffee und Kuchen. Die Kinder können sich auch Getränke hier vorne holen. Bratwürste sind auch schon drauf auf dem Grillen. Und ja, ich hoffe, das wird ein schöner Tag für uns. Hier hinten zu meiner Rechten, da sehen Sie einen neuen Stand, auch in diesem Jahr. Und zwar, ja, leckeres Obst und Gemüse aus eigener Züchtung. Weil man hört ja viel von Lebensmittelskandalen und wir wollen dem hier entgegenwirken und zeigen, dass es auch anders geht. Viele haben Grundstücke, viele haben kleine Gärten und bauen ihr Gemüse und ihr Obst selber an. Alles natürlich gesund und ohne Chemie. Und alles aus dem biologischen Anbau höre ich hier gerade. Und die Kinder können natürlich gerne kosten und haben dazu auch noch die Möglichkeit, da auch Punkte zu sammeln an diesem Stand. Und zwar müssen sie einen erraten. Geschmackssorten müssen Obst und Gemüse auseinander halten. Und es besteht die Möglichkeit, in Nistkästen zu bauen. Also, wie gesagt, viele neue Dinge in diesem Jahr. Ihr könnt eure Runden drehen. Habt viel Spaß und wir hören uns nachher gleich wieder. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Das sechste Mal in Folge führt der NPD-Regionalverband Nukerando. Hier in Nuker-Münde ist es Kinderfest durch. Alles, wie in den vergangenen Jahren, auch wieder kostenlos. Ganz groß bliebt auch in diesem Jahr unsere Tombola. Und zwar haben wir drei Hauptpreise und vergeben die Lose. Und die Kinder sind fröhlich dabei. Der Pott ist schon gefüllt und nachher um 17 Uhr wird die Auslosung stattfinden. Wir freuen uns sehr, dass das Wetter in diesem Jahr mitspielt. Nicht so wie im letzten Jahr. Und wir freuen uns noch mehr darüber, dass in diesem Jahr keine kranken Gutmenschen den Weg hierher gefunden haben, um hier zu protestieren. Sondern, dass wir hier in völliger Ruhe und in Frieden hier unser Kinderfest abhalten können. Es ist ein voller Erfolg, wie man sieht hier bei uns im Hintergrund. Hunderte Kinder und Erwachsene durchlaufen hier in den letzten Stunden unser Kinderfest. Und wir hoffen, die letzte Stunde auch noch gut über die Bühne zu bringen. Und freuen uns auch, wieder die Kinder hier im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen. Zum Schluss möchte ich mich noch mal bedanken bei allen Unternehmen hier aus Uckermünde und aus der Umgebung, die uns dabei unterstützt haben, diesen Tag hier heute durchzuführen. Und vor allem auch die vielen Privatleute, die heute hier zum einen mit anpacken, uns tatkräftig unterstützen und zum anderen auch im Vorfeld finanziell unterstützt haben. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.